Und am meisten zum Vorbericht vor dem Spiel am Sonntag erst, 15.30 Uhr zu Hause gegen den SV Werder Bremen. Silas ist frei, denn direkt zu Beginn gibt es hier eine gute Nachricht. Die Geschichte zu Silas Vamangituka und nun ja Silas Katompa im Wumper ist nun abgeschlossen. Da ging es ja ins Gericht. Angeklagt war sie deswegen Urkundenfälschung, Erschleichen eines Visums, Erschleichens eines Aufenthaltstitels und mittelbarer Falschbeurkundung. Da wurden ja ganz böse Spielchen gespielt, vorne mit Beratern und so weiter, um eben die Profilkarriere aus dem Kongo raus nach Europa zu starten. Silas Saita der Einspruch gegen die 48.000 Euro Strafe, also 60 Tagessätze zu 88 Euro eingereicht. Die Richtung lag ihm eigentlich nahe, dass man diese Strafe doch annehmen sollte, weil sonst könnte es auch bis zur Freiheitsstrafe gehen. Auch da und auch in dem Zusammenhang wurde Silas sehr emotional vor Gericht. Es wurde eine Pause beantragt, er weinte vor Gericht, alles ziemlich krass scheinbar und nun zahlt er 50.000 Euro Strafe nach Tagessätzen, das aber an fünf soziale Einrichtungen. Diese 48.000 wären wohl an den Start gegangen, denke ich mal. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Und dazu gibt es zwei Termine, an denen er ein Training für Jugendliche abhalten muss. Auch eine schöne Aktion, schöne Idee. Die Tagessätze basieren damit auf seinem Grundgehalt aus dem ersten Vertrag bei uns. Also heißt auch, zu Beginn hat er in Anführungszeichen nur 24.000 Euro im Monat verdient. Jetzt sollen es ja irgendwie so zwei Millionen sein, glaube ich, im Jahr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal Silas von seiner Vergangenheit, was das Gerichtliche und sowas angeht, befreit. Paderborn 1 zu 2 VfB. Es war mal wieder Drama pur am Dienstag. Wir stehen im Viertelfinal des DFB-Pokals. Das erste Mal seit 2016. Damals haben wir am BVB zu Hause gescheitert. Auch dieselbe Saison, wo wir unter Kram, die dann abgestiegen sind tatsächlich. Und ja, was soll man dazu sagen? Also war ein grandioses, rekordbrechendes Eigentor erstmal. Mavropanos No-Look-Pass aus 48 Metern mit ordentlich Zug zum Tor. Müller steht neben dem Tor, da wo er eigentlich auch stehen soll. Damit eben genau sowas nicht passieren kann mit dem Rückpass. Dass er eben daneben steht. Und wenn er nicht rankommt, gibt es halt eine Ecke. Und nicht, wenn er nicht rankommt, gibt es ein Tor. So wie es diesmal der Fall war. Kommt nicht mehr hin. Rutscht auch noch weg. Hand hätte er theoretisch nehmen können. Aber hat wahrscheinlich auch Kopfgab-Wardemal. Gibt es ja indirekten Freistoß für Paderborn. Alles ein bisschen Kürri gewesen. Wahrscheinlich auch für ihn den Ball da irgendwie noch zu bekommen. Kriegt nicht mehr alles mal wieder sehr typisch VfB. Hauptproblem aber einfach dieser scharfe Ball von Mavropanos zurück, ohne hinzugucken. Danach rennt man an, ist komplett über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Ganz klar, aber eben ohne die glasklaren Torchancen. Paderborn hat einen Konter, ins Glück Platte aus dem Stadion, schießt statt eben ins Tor. Dann der Auftritt von Neuzugang Ril Dias. So soll man glaube ich aussprechen. Hoher Ball, schön runtergepflückt das Ding. Und dann links oben in die Ecke. Traumtor 1 zu 1 in der 86. Minute. Absludes Traumeinstand für ihn. 4 Minuten davor glaube ich eingewechselt worden. Dann kommt auch die 17. Ecke noch von uns. Wenige davon waren auch nur halb irgendwie gefährlich. Stenzi bringt er dann auch nach Einwechslung, bringt die Ecke. Gerasin nickt einen überzeugend. Der wollte diesen Kopfball da reinsetzen. 1 zu 92 plus 5. Letzte Aktion des Spiels. Wir stehen im Viertelfinale. Der Auswärtsblock geht komplett ab. War auch eine grandiose Stimmung wieder auswärts. Geiler Support von VfB-Fans. Auf den Dienstagabend um 18 Uhr in Paderborn. Die knapp 2000 Mitgereisten. Am Ende des Tages stehen 17 zu 0 Ecken da. 22 zu 1 Torschüsse. 72 zu 28 Prozent Ballbesitz. Also zeitlich später, aber insgesamt hochverdienter Sieg. Die Auslosung dauert dann noch im Pokal tatsächlich. Nächste Woche ist ja noch Pokal erstmal. Und dann findet die erst am Sonntag, den 19. Februar statt. Geschichte wiederholt sich? Klar, es sind noch ein paar Spiele hin. Es ist noch ein Viertelfinale und ein Halbfinale zu spielen bis dahin. Aber das letzte Mal, als der VfB im Pokalfinale stand, war 2013 unter Bruno Labbadia gegen die Bayern. Leider gescheitert. Knapp mit 2 zu 3 am Ende. Aber mit ein bisschen Losglück hat man ja bisher gehabt. Muss man ja sagen. Und habe hier erstmal ein Drittligist auswärts. Klar, auch da Dresden nicht einfach. Aber ein Drittligist. Danach ein Heimspiel gegen ein Zweitligist, bei dem es nicht lief. Jetzt auch wieder ein Zweitligisten, wenn auch auswärts. Aber jetzt mal sehen, was bei der Auslösung passiert. Nochmal Zweitligist wäre natürlich stark. So viele sind ja nicht mehr da. Aber irgendeiner wird schon noch weiterkommen aus der nächsten Runde. Es sind ja noch ein paar Spiele zu spielen, wie gesagt, nächste Woche. Da wird noch ein Zweitligist weiterkommen, auf jeden Fall in direkten Duellen. Vielleicht kriegt man ja den, das wäre natürlich stark. Es gibt auch kein Heimrecht mehr für die. Also kein gottgegebenes Heimrecht mehr quasi, weil kein Amateurverein mehr dabei ist. Deswegen auch da natürlich Nummer 1. Auch wenn es ein Bundesligist wird als Gegner, was ja nicht unwahrscheinlich ist, dann gerne ein Heimspiel. Wäre das geil natürlich. Ein Heimspiel wäre geil. Oder für mich gerne auswärts auch Nürnberg. Das ist ja in der Nähe von Ansbach. Das wäre auch gut machbar. Mal gucken, was da kommt. Ablöse wieder drin. Hier geht es natürlich um die beiden Neuzugänge. Haraguchi und Diaz. Beide wurden eingewechselt und haben sich auch wirklich recht reibungslos ins Team eingebracht. Haraguchi dann noch mit ein bisschen mehr Spielzeit als Diaz. Aber dann natürlich mit ein bisschen mehr Output. Traumtor zum 1 zu 1. Die Ecke rausgeholt zum 1 zu 2. Und beide sollen ja etwa eine Million gekostet haben. Genaue Zahlen gibt es da nicht so wirklich. Aber vor allem eben Diaz. Mit dem Tor könnte ja quasi schon beide Ablösesomen wieder reingeholt haben. Denn für den Einzug ins Füllfinal des Defi-Pokals gibt es 1,67 Millionen Euro. Heißt ja nach dem, was da etwa eine Million heißt, haben sich beide quasi schon wieder 1 zu 1 bezahlt gemacht mit einem Pokalspiel. Zeru Girassi. Denn einer, der sich auch bezahlt gemacht hat und das auch hoffentlich noch weiterhin tut in unserem Trikot, ist Zeru Girassi. In Paderborn ist 2 zu 1 gemacht. Er ist die neue VfB-Liebensversicherung. Ist einfach so. Zwölf Ligaspiele, sechs Tore. Zwei Pokalspiele, zwei Tore. Sind Top-Werte vom 26-Jährigen. Und ich gehe mittlerweile so weit, dass er besser ist als Sascha Karlajcic. Das ist nicht nur ein Ersatz, das ist ein Upgrade zu Karlajcic. VfB International auf Twitter hat auch schon gepostet. Dreimal mit dem rechten Fuß, zwei mit dem linken Fuß, zweimal Kopf, einmal Elfmeter. Der Mann kann alles. Da ist ein kompletter Stürmer vorne drin, was das angeht. Aktuell Marktwert von 10 Millionen. Wir haben im Sommer eine Kaufoption, die ja wohl bei 9 Millionen Euro liegt. Und diese, natürlich vorausgesetzt man hält die Klasse, bleibt in der ersten Liga, muss man ziehen. Fertig aus. Ist gar keine Diskussion mehr. Die musst du ziehen. Auch in Anbetracht eben, dass man jetzt mit Armada Gutgeld eingenommen hat. Im Sommer vermutlich Sosa oder Mafra Panos, vielleicht sogar beide gehen. Klar, die musst du auch nochmal ersetzen dann. Aber ja, da kommt auch ein bisschen Geld. Man muss alles daran setzen, Gerasi im Sommer kaufen zu können. Ahamada. Kommen wir schnell noch zum eben angesprochenen auch. Ahamada, Wechsel ist durch. Am Deadline Day noch vor der 0 Uhr Deadline für die Premier League und eben auch für England dann. Wurde ja auch schon lange berichtet, dass er geht. Und wir bekommen wohl etwa 12 Millionen, wurde auch schon berichtet. Labbadia und auch der VfB generell wollten natürlich nicht abgeben. Aber wie auch Wohlgemut im Statement sagt, können wir uns eben einfach finanziellen Argumente nicht verschließen. So ist es halt einfach. Bin sehr gespannt, wie er sich mit den 20 Jahren da bei Crystal Palace schlägt in der englischen Liga. Trifft er ja auch auf den Trainer, auf eine absolute französische Mittelfeldlegende. Auch gerade eben in der Premier League bei Arsenal mit Patrick Vieira. Hat auch auf Instagram nochmal schöne Worte gefunden, auch an die VfB-Fans. So sah, bei ihm wurde es zum Glück nichts mehr mit einem Abgang im Winter. Da war ja irgendwie scheinbar auch ein Leverkusen nochmal dran gewesen. Am Ende, die wollten aber auch nur 10 Millionen zahlen. Kicker berichtet, dass wir wohl 15 bis 20 Millionen wollen. Und dann gab es noch ein weiteres Gerücht. Laut der Bild soll auch Frankfurt Interesse gezeigt haben. Die wollten aber die 12 Millionen, die wir wohl aufgerufen haben, nicht zahlen. Und da ist dann der Punkt, an dem man auf den Kicker hofft und bei dem man stutzig wird. Denn wenn die allen Ernste, sollte da irgendwie ein bisschen funke Wahrheit dran sein, dass sie wirklich 12 Millionen nur wollten im Winter. Mitten in der Saison für Borna Sosa, dann können die halt echt nicht mehr Alatten am Zaun haben. Dann müssen die ja so dermaßen die Geldprobleme haben. Also unfassbar. Vielleicht war es auch noch zu dem Stand, war Amada noch nicht ganz sicher. Und man hat diesen einen großen Transfer gebraucht im Winter. Aber selbst dann, wenn Sosa erstens, natürlich er ist geblieben, also nichts passiert so. Zweitens glaube ich so oder so eher dem Kicker. Und drittens, das nochmal 12 Millionen, viel zu wenig. Auch im Sommer dann, der hat immer noch Vertrag bis zur 25. Ich will mindestens eine 20 Millionen sehen bei Borna Sosa Aufstellungen. Und da gab es gute Nachrichten auf der Pressekonferenz. Zumindest auch was den Kater angeht vor allem. Denn da sind Borna Sosa und dann Axel Zagadu wieder Kandidaten. Gerade Zagadu hat ja auch Lob bekommen im Trainingslager. Hat sich jetzt auch stark zurückgearbeitet in der Verletzungsphase. Hier hat er auch dann nochmal Lob bekommen. Waren Gewinner im Trainingslager. Von Bruno Labbadia auch. Sollte eine Stütze werden. Mal gucken, wie schnell er zurück in der Startelf ist, wenn er wieder komplett fit ist. Wohl ein wichtiger Mann für Bruno. Thomas und Silas sind weiter keine Optionen. Das heißt, wieder die große Frügelfrage. Wer spielt links, wer spielt rechts? Sonst darf eigentlich das meiste klar sein so. Die Frage vor allem, spielen die Neuzugänge? Im Pokal war es eine Einwechslung. Spielen sie jetzt von Beginn an. Meine Startelf diesmal ein bisschen davon weg. Ich stelle oft auf, wie der Trainer denkt. Und wie der Trainer aufstellt. Diesmal so, wie ich es gerne hätte. Müller hinten drin. Dann Stenzel rechts. So ein bisschen auch als Belohnung nach guter Einwechslung bei der Bauern. Und eben auch einer, der gute Standards schießen kann. Mafropanos. Anton ist klar. Und dann links Ito. Der jetzt auch schon über 50. Oder wird sein über 50. Pflichtspiel sein gegen Bremen für den VfB Stuttgart. Dann auch brutal, wenn man wieder diese Story einfach nochmal sich in den Kopf zurückholt. Diese Laie aus der zweiten japanischen Liga. Krasse Story der Mann. Karasor, der auch unter dem Radar extrem wichtiger Spieler und eine absolute Stütze ist im Labbadia-Spiel. Dann Endo und dann Nathai. Auf der Nathai-Position auch 100% Haraguchi möglich. Hat auch Labbadia auf der Pressekonferenz gesagt, dass er eine Option ist für die Startelf. Aber ich würde es irgendwie Nathai ein bisschen gönnen. Gerade von der Links aufgrund einfach von ziemlicher Alternativlosigkeit weiterhin Führig. Ganz vorne drin Girasie. Ohne Frage. Und rechts dann eben die Frage, spielt wird dann Perea von Beginn an? Bringt wirklich Castanaras von Beginn an? Ja, weiß ich nicht so ganz. Ich könnte mir das vielleicht sogar tatsächlich vorstellen. Auch wenn er auf der PK nichts direkt zu ihm und Startelf quasi gesagt hat. Aber ich könnte mir vielleicht sogar ein Startelf-Debüt da von Jil Dias vorstellen. Auf rechts mal sehen. Gerade da rechter Flügel bis hin ins Fragezeichen. Mal gucken, was er aufstellt. Werder Bremen. Team, definitiv ein Team der Saison bisher. Spielt eine starke erste Saison nach direktem Wiederaufstieg. Mit Füllkrug, absoluten Top-Stürmer vorne drin. Das Duo generell mit Dux vorne stark. Hat er Labbadia nochmal hervorgehoben. Aber generell, sagt auch Labbadia, einfach ein Gesamtkonstrukt von Mannschaft, das einfach sehr gut zusammenspielt, das einfach top funktioniert. Aktuell 8 Punkte vor uns. Platz 10. Haben aber wirklich einen guten Kader dabei zusammen. Vielleicht ein bisschen dünn, aber ein guter Kader zusammen. Auch im Sommer schon gute Transfers getätigt. Auch ablösefrei. Einen wichtigen Sieg gefeiert jetzt gegen Wolfsburg am letzten Wochenende. Da gab es ein paar Niederlagen davor. Die Klatsche in Köln zum Beispiel. Da wäre es vielleicht ein bisschen in den Strudel reingeraten. Dem sind sie jetzt erstmal entwichen. Im Hinspiel für uns ein sehr unglückliches 2 zu 2 natürlich. Last Minute Treffer von Berg. Der ist schon gar nicht mehr da. Der wurde jetzt auch verliehen im Winter. Auch für die Weiteraner. Ein sehr wichtiges Spiel trotzdem bei uns am Sonntag. Einfach weil es unten alles dermaßen eng zusammen ist in der Tabelle. Mehr Infos zu Bremen natürlich gerne aus unseren zwei Talk-Videos mit dem guten Real Nico. Eins von mir, eins von ihm auf dem Kanal. Die gerne abchecken. Prognose. Sonntag 15.30 Uhr. Tradition gegen Tradition. Ausverkaufte Stadion. Wird ein extrem wichtiges Heimspiel für uns. Wie gesagt, es ist wirklich einfach wieder mal eine Art von Pflichtsieg. Wenn man eben auch gerade den Blick auf die Tabelle nimmt. Dann ja, gegen Mainz war ein Punkt okay. Den Hoffenheim hast du 2 verloren am Ende des Tages mit dem Last Minute Gegentreffer. In Leipzig hast du von mir aus auch sogar einen verloren. Da war ein Punkt drin. In Paderborn ist es nochmal verdient gewonnen. Last Minute Push, den wir hoffentlich auch mitnehmen können ins neue Spiel. Eben dieser erste Sieg, das erste gute Gefühl. Auch Mentalität eben gezeigt in Paderborn. Und nochmal das Ding gedreht. Haben eine gute Bilanz gegen Bremen in Heimspielen. Seit dem Jahr 2000, da habe ich so ein bisschen den Cut gemacht, sind es 10 Siege, 5 Unschieden und 4 Niederlagen zu Hause. Letzte Pleite gegen Bremen in einem Heimspiel war 2013. Wie gesagt, das Spiel ist ausverkauft. Wird eine geile Atmosphäre am Sonntagmittag, wie in den Talks mit Nico auch angesprochen. Dieses 4-3-3 von uns gegen das 3-5-2 von Bremen könnte sehr interessant werden. Geradezu diese Top-Stürmer, natürlich hier Füllkrug bei uns, Gerasi. Das könnte für viele Tore sorgen. So könnte wieder ein hartes Stück Arbeit werden, wie gegen Augsburg. Ähnlich Prognose wie da. Eigentlich hoffen wir auf einen Sieg. Aber vielleicht beißt ihr da ein bisschen, ob du die Zähne auswählst. Gegen Augsburg auch fast passiert. Trotzdem Chancenwucher wieder. Fast passiert, dass du nur auf einem 1-1 rausläufst. Wird auf jeden Fall ein enges Spiel. Vielleicht kannst du ja auch da wieder nur die Zähne ausbeißen an Bremen und hängst an den Punkt fest. Wieder ein 2-2 oder sowas. Aber wir brauchen den Heimsieg. 3-2 Sieg, mein Tipp. Ihr könnt wieder mal abstimmen im Community-Tab. Ticketpreise. Es ist natürlich extrem geil zu sehen, wie schnell diese Spiele immer gerade aktuell ausverkauft sind bei uns. Auswärts wie daheim. Krass, dass wir Fans da abliefern. Jetzt erst wieder das Spiel gegen Bayern gehabt, weshalb ich direkt im Mitgliederverkauf sofort ausverkauft war quasi. Kancenakove war irgendwie nach 3-4 Minuten wahrscheinlich schon weg. Oder schon über den UFC verkauft, davor schon ausverkauft. Komplett krass. Aber die Preise sind schon happig. So, also bin ich umso glücklicher mit meiner Dauerkarte wieder. Ich zahle ja runtergerechnet pro Spiel ca. 20 Euro in eben der billigsten Sitzplatzkategorie, also Kurven-Sitzplatz. Gegen Köln sind es in dem Bereich auch schon mal so etwa 35 Euro fällig. Gegen Bayern sind es da schon etwa irgendwie 45, 49 Euro. Das ist schon ziemlich hart. Klar, das Serviceteam VfB schreibt auf Twitter, dass die Karten eben auf Vor-Corona-Niveau sind. Also wie in der Saison 2018, 2019. Das mag ja sein. Trotzdem ein bisschen Auge draufhalten. Denn Stadion muss halt trotzdem bezahlbar bleiben. Hier haben wir immer noch den gesamten Spieltag getippt. Immer wieder ein sehr heißer Spieltag auch. Gerade sowas wie Bochum gegen Hoffenheim. Da kann sich einiges unten wieder tun. Ist ja sehr eng da unten, tabellarisch gesehen, punktetechnisch gesehen. Wir müssen unsere Aufgabe auf jeden Fall erledigen am Sonntag. Ich habe Bock drauf, ich habe Bock aufs Stadion. Bin raus hier für den Vorbericht. Bedankt für's Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017